ARD Text im Auftrag von Funk Z hat sich genebelt Ist aber nicht so wert, wenn sie sich genebelt Muss ich mal wirklich sagen Na dann gehe ich auf Kleber Ich gehe aus Kleber, Kleber Ich gehe manchmal ein bisschen dicht an Ach guck mal So was macht man natürlich Oh, kipp da Jaja Na dann Entschrift sow Ich Es S được Hat er mich gerade gelobt? Hat er mich gerade gelobt? Sie wird dieses Offizierfall. Dieses Game ist ein Brandanimal. Das muss ich mir nachher mal versetzen. Die Führung übernommen. Die Führung übernommen. Die Führung übernommen. Das ist Schritt für Lösungen. Die Führung übernommen. Das muss noch alles schlechthin werden. Ich hab die Führung übernommen. Das wirken Sie im Moment. Das wird los. Ich würde mir Sie, der sich im Moment nicht besuchen. Die Führung übernommen. Okay. Oh, das ist nicht mehr da. Was ist das denn? Was ist die Kleber? Ich muss ganz nah dran kommen. Wie wirklich ist das denn? Ich lasse ihn jetzt wegzutroppen. Hau die jetzt alle ab oder was? Ich glaube die hauen alle ab, kann das denn? Da sind jetzt... Ah, die Chat ist raus. Da warte. 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 Ich hoffe der auch kein Wunsch. Warte. Der geht auch auf die EP mit drauf. Achso ich soll den nicht angreifen, ja? Ist er jetzt weg oder ist er nicht weg? Na jo dann. Da brauch ich das anders. Bleibt ihr ja wohl nichts an uns geflüchtet werden. Jetzt versuchen das hier auszureichen. Nein! Das wollte ich doch haben. Ich hab doch all meine Skills eingesetzt. Das war das denn. Oh, hey. Ich glaube, man, das ist doch wohl. Ja, sobald er nicht kaputt ist. Ja, sobald er noch nicht kaputt ist. Das ist doch auch mal ein paar Sachen. Das muss ich mir später mal... und probieren bis hier wenn die mich jetzt wirklich auf PCV Alter, ich habe 17 mal verteidigt. Was ist das denn? Oh mein Gott. Warte mal. Nee, komm. Bleib hier. Oh mein Gott. Noch eine Minute Zeit, um den runter zu knallen. Oh, das Mord. Wo ist er denn? Ach, ich kann kein Gas mehr gehen. Ah, da ist er. Kiyomoto. Bevor der den jetzt wegkommt. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh, okay. Das war nichts. Ich hätte mir Zeit lassen sollen in den Anflug. Oh, ich brauche mehr Zeit. Aber er hat nicht. Wenigstens was. Der Chat geht ja richtig ab. 1600. Ah ja, wenigstens was. Wow, der hat die Kraken noch freigelassen. Wow, geil. Der kriegt auf jeden Fall mein Lob von mir. Und hier fällt nicht an. Was ist an? Socken. Deine Socken sind an. Ich habe euch mal hier so ein Ding im Renn. Mal Lucky Lucky machen. Die fliegen ziemlich tief in mich. Die Puget. Abbrengen. Die Puget. Gärsgeber. Und? Die Jörg ist halt auch noch einfach da, ey. Ach, na geh raus mit dem Tablett. Du kannst ja draußen gucken. Das bockt ja lautstärker, aber das ist zu laut. Ach, komm. Oh, das ist ja wieder klar, dass die Jörg natürlich in die Trommel geht, oder war? Ich muss Gas geben, gleich ist der gut der Engel. Oh, jetzt fährt er auch noch zu. Die Jörg ist ja wieder klar. 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 Der Beatsch doch da. halte ich gut ab und jetzt ich denke man, die sind sehr langsam boah, jetzt sind die so schneckenhaft die kann man so einfach ausweichen da nützt noch nicht mal 5% auf Torpedogeschwindigkeit irgendwas habe ich getroffen oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott der fährt halt mein Torpedogeschwindigkeit voll weg das ist so ein Witz der Rest wird einfach weggeformt also wenn ihr das Schiff auch in der Küste kriegt, ok, aber ich fahr durch das mein Fehler es ist ein bisschen schlecht, muss ich wohl das sagen auf der einen Seite die Schiffstp, die sind echt, also die Flugzeugtp sind echt enorm hier ist Friedland, die Fracht liegt so gut direkt ich war drauf nicht, das macht voll ich hab hier halt voll das Problem ja, ich hab halt hier keine Heilung ich hab halt hier keine Heilung das ist ja die sind ja gleich wieder gelöscht du kannst dich halt auch gleich wieder gelöschen Näher ran brauche ich eh nicht fahren, weil du hast hier fast zwei Minuten pro Schiff, wo du Reload-Zeit hast. Und dass er jetzt halt quer da steht, ist schon cool. Er hat sich halt einfach nochmal geheilt. Das ist doch ein Witz. 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 Ach komm. Klar, wenn er sich geheilt hat, dann kriegt er natürlich wieder nichts. Das ist doch bescheid. Bleibt er jetzt bei den Inseln stehen oder was macht er? Das gute ist ja daran, dass er es halt so schlecht ausweichen kann. Oder er bleibt da richtig schwenig, richtig hart. Was macht er denn jetzt da? Bleibt er stehen oder bleibt er nicht stehen? Ich glaube, das ist halt auf jeden Fall mal. Gas. Und das ist voll ja jetzt gut. Und das ist voll ja jetzt gut. Und nochmal. Und nochmal. Wasserhain so. Aufgekehrt. Das habe ich auch nicht mehr. Wow, wow, wow. Und die Ziele auf der Hand. Ja. Nein, das ist gut. Gut. Nein, jetzt schon mal wieder. Du bist ja. Hey, lass dich loswerden. Es ist einfach so schlecht. Ja, das ist ja. Auch das ist scheitbar. Und die Ziele auf der Hand. Auf die Jörg brauche ich nicht gehen, auf die Jörg dann auch nicht. Ja doch, auf die Jörg kann man gehen. Jetzt wird es halt schwierig, wenn sie die ganzen Schlachter rausholen. Auch die Lippigsten kann ich gehen. Ich habe ja noch ein bisschen Heilung. Oder ich versuche es auf die Garnisone, ohne wie das Ding entweist. Ich will mir halt... Was ist denn mit der... Ah ok, die Lippigsten sind so draußen. Schießen die auch mal auf die Lippigsten drauf. Was war das denn? Ohhhh, die sind so langsam. Oh Gott. Und... Yes! Unten... Da habe ich noch ein Gewicht. Und... So... ... ja mal wieder. Na... So... Okay. Nein! Das ist die Sansang! Tja, leider kann man nicht mehr... Wie viel hab ich denn jetzt? Da steht's doch, Sansang! Nicht Seidran!